Musik Vollbetrieb auf der Wiener Bundesstraße in Eugendorf. Heute soll dort erstmals die neue Verkehrslösung unter dem Beisein vom Verkehrsreferent Wilfried Haselauer getestet werden. Durch die installierte Pförtneranlage, einer Kombination aus Sensoren und Ampeln, sollte der Durchfluss von Fahrzeugen durch das Ortszentrum eigentlich verringert werden. Es scheint zu funktionieren. Wir haben die Ampelfasen auf 80 Sekunden eingestellt. Der Stau baut sich außerhalb des Ortes auf. Das ist schon einmal wichtig. Aber eben nur im Bereich einer guten Minute. Und dann können die Autos wegfahren. Und sie werden nicht mehr durch die anderen Autos hier in dem Fall, die von Eugendorf kommen, behindert, sodass der Verkehr flüssig durch Eugendorf durchlaufen kann. Von flüssigem Verkehr kann aber nicht unbedingt die Rede sein. Bereits um 8 Uhr früh in der Ferienzeit ist der Stau aufgrund der Ampelfasen schon beachtlich. Nach wenigen Stunden bereits kommt es zu ersten Aufregungen. Haben Sie schon gesehen, was es jetzt für ein Stau ist? Seit die Ampel ist, bei den Verkehrern, wo es einen großen Nierortenstau geben muss. Nicht nur einige Straßenbenützer sind unzufrieden, Auch die Anrainer fürchten sich vor dem Chaos, das herrschen wird, wenn die Schule im Herbst erst wieder beginnt. Das ist jetzt der Sommerverkehr, der ist nicht so schlimm. Aber wenn dann der normale Berufsverkehr ist und dann im Herbst wieder, das wird sicher schlimm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es wäre besser, Sie wären da bei Eugendorf oder irgendwo rauf auf die Autobahn. Das ist eine Lösung, keine. Und die Leute sind alle da totunglücklich. Wenn die Schule wieder anfängt, haben wir das volle Chaos. Weil daher warten die Autofahrer zum ersten Mal bei der Ampel. Dann fürchten wir uns vor den Schleichwegfahrern auf der alten Wiener Straße. Die Autofahrer werden noch einmal stehen, wenn es eingebunden wird. Das nächste Mal vor dem Kreisverkehr. Wir werden die Hölle im Ortszentrum bekommen. Das ist jetzt erst ein paar Stunden offen. Und da kann man noch nicht hergehen und sagen, das ist jetzt die Lösung. Die Lösung muss sein, dass wir mit dem, was herkommt, fertig werden und für die Anreihen auch halbwegs verträglich ist. Ob man das schaffen, weiß ich nicht. Ich bin mit manchen Dingen nicht zufrieden. Aber nicht jetzt, weil das gemacht worden ist, sondern mit der Ordnung, mit der Vorgangsweise. Aber für mich ist jetzt Schluss. Irgendwann einmal muss mit dem aufgehört werden. Der nächste Baustell steht da hinten. Das ist die Verbundleitung. Da wird aber der Bürgermeisterstraße wesentlich härter durchgreifen. Die geforderte neue Autobahnauffahrt wird seitens der Landesregierung nicht aus den Augen verloren. Ob und wie das Kapitel Verkehrslösung Eugendorf also geschlossen wird, wird sich noch zeigen.